Hi, ich bin's, Peter. Wir spielen Monkey Island. Du erwartest sicherlich den Gux hier zu sehen, aber heute der Gux hat keine Zeit, wie immer. Ja, der hat's. So, und der hat gesagt, hier, das ist ein gutes Spiel. Peter, spiel mal ein Spiel. Und er hat gesagt, ihr habt mir so Instruktionen hinterlassen, hier, hat gesagt, äh, sieh zu. Und ich seh zu. So, geht los. Ich hab hier den Spielstand von Gux. Ach, wann hat der letzte Mal? Das ist ja, das ist ja fünf Tage her. Der ist ja alt, der ist ja alt. Ne, ich hab hier Kopfhörer drin. Der ist ja alt. Wenn der so alt ist, der Spielstand, wenn der so alt ist, dann ist der bestimmt, dann riecht der schon komisch. Okay, so, ich bin bereit. Geh los. Äh, der Gux hat gesagt, ich muss hier auf Dings klicken. Da. Ja, so, Spielstand. Do you remember where we were? Ah, so, äh, aber erinnere mich noch mal. Kind of, but remind me a little. Okay. I had joined LeChuck's crew in disguise. The magic potion that would have taken us to Monkey Island had been ruined, but Captain Madison and her cronies were nearby in another ship also bound for the island. I planned to follow them, but the crew were voting against me, and I had to persuade each and every one of them to vote on my side. Richtig, richtig, richtig. Und da war ich. So, ich bin hier. Wie seh ich denn aus? So, jetzt. Ich hab. Überreden. Ich denke, du solltest wählen, um zu Monkey Island zu gehen. Ich will nicht darüber reden, jetzt zu sprechen. Äh, dann gehen wir da. Der Koch-Zombie, hat ja Gux gesagt, wäre auch dabei. Ich denke mal, du wirst die, wie man brennt, in Alaska macht. Of course, I can make Scorch d'Alaska. I have to warn you, though. It's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full strength version anyway. Ah, jetzt macht sie mir dann Alaska und jetzt brauche ich noch irgendwas zum Schärfen gleich. Schön. Den muss ich ja abgeben an jemanden, der so einen Alaska braucht. Schocken aus der Lose, aber ich würde mitnehmen. Ein Skorch d'Alaska, extra mild. Thanks. Das ist ja ekelhaft. Was spielt der Kochs hier? So, brennendes Alaska ausliefern. Brennendes Alaska ausliefern. Ausliefern? Hat er jetzt eingesteckt. Was hat sie über dem Wohlenpfeffer? Der Suppe zuhören. So, ich rede nochmal mit ihr. Ah ja, genau. Ich muss Rose umstellen, damit sie auch da mitstimmt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt brauche ich hier irgendwie Schaf. 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 Was ist denn Schaf? Später rüberschießen. Komm, ich gehe nochmal hoch zu dem Dings. Ach, er hat ein Buch, ne? Er hat ein Buch. Never. Was ist deine Stimme? Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Er macht das doch bestimmt. Ich habe zufällig brennendes Alaska. Ich habe zufällig brennendes Alaska. Er wollte das haben, richtig? Ach, take the monstrosity away. Its blödenness offends me, even at a distance. Scorched Alaska must be like a hot poker to the tongue. Leider nicht scharf genug. Also, der braucht halt Alaska. Ich muss jetzt schärfen. Zaubertransform. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Das ist schön. Vielleicht die Katze. Die Katze hat auch noch... Vielleicht kann ich die Katze da reinstecken. Kann ich der Katze vielleicht einen Cracker geben? Katze will keinen Cracker. Ah. Ihr wisst ja, ne? Der Gucks hat gesagt, ich soll Fond spulen, wenn ich nicht weiterkomme. Schau mal, ich habe kalten Kaffee. Alles klar, jetzt bin ich langsam im Spiel. Jetzt bin ich langsam im Spiel. Ich muss meine Notizen machen. Ich bin im Spiel. Der Gucks hat gesagt, ich soll aufschneiben, weil ich mache, damit ich... Ah, verdammt. So, habe ich. Minute 10 hier, nichts geschehen. Habe ich aufgeschrieben, Gucks. So, dann hier, Zettel, Glocke. Ich kann ja mal hier nochmal... Bing! Vielleicht passiert ja was. Einmal geläutet und... Abstimmung, da bin ich mal gespannt. Vielleicht geht es ja hier irgendwie weiter. So, ich bin im Spiel. All to order? Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote, Aye. Nay. Nay. Aye. Nay. Nay? Es gibt mehr Augen als vorher, aber die Verteilung zu gehen muss sich unanimal sein. Entschuldigung, Swobby. Meeting adjourned. Swobby. Ah. Ahem. Ein ziemlich kleiner Anker. Ja, es sieht aus, dass es mehr sinnvoll wäre für Fischung, als zu stoppen. Da ist mein Kajüte. Aber hier ist auch nichts. Komm ich auf der anderen Seite zum links rein? Nein. Nein, nein, nicht runter. Ah egal, ich quatsch nochmal mit dem, vielleicht hat der irgendwas für mich. Hey, Gullet. Kann ich dir was holen? Du kannst wissen, wer das Schiff auf dem Schiff dreht und es rauskriegt. Ich könnte ein Leg oder was. Ja, das ist natürlich schade für ihn. Also wieder zurück. Hier bin ich falsch. Ähm. Kann ich ja nicht alles haben, ne? Ich denke, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Ich bin nicht so. Ich streicheln, streicheln geht nicht. So, irgendwie häng hier fest. Wärme spüren, Wärme spüren, Wärme spüren. Ah, schön, Wärme spüren. Dosti. Wärme spüren. Dosti. 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 Ah, das macht ja Spaß. Hahaha. Oh, das tut mir leid. Das war keine Absicht. So, Katze, 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 Katze. Was kann ich mit der Katze machen? Die will doch bestimmt spielen. Die Katze will spielen. Pass auf. Ah, ne, doch nicht. Katze will nicht spielen. Katze will mit Papier spielen. Katze will auch nicht mit Papier. Damit spielen. Nein, auch nicht. Möchte die Katze was hiervon haben? Nein, auch nicht. Das ist der. Ich rede noch mal mit Murray. Ich weiß nicht, was du jetzt planst, aber ich werde dich für ihn verbraten. Das ist richtig, Murray. Das ist absolut richtig. Muss ich vielleicht noch mal in die Kajüte vom Chef. So, das heißt Doppel läuten. So, hab ich. Ah, vielleicht gibt's ja noch was. Kommt zu ordern, you murdering traitorous dogs. Earlier today, in fact not even an hour ago, I clearly heard someone on this deck mention, Guybrush Threepwood. Guybrush. 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 Blah, 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 blah. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Mann. So, hier geht's zum... Das hat der Gux mir aufgeschrieben. Da weiß ich, hier ist... Hier ist Sache. Hier sind Sachen. Die Kunst aus sicherer Entfernung beruhen, Mann. I know Art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Den Schleier nehmen? Kann ich den Schleier nehmen jetzt? If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Die Wärme spüren. Dosti. Dosti. Und hier auch die Wärme spüren. Jetzt hab ich überall die Wärme... Da gibt's nicht viel, um die Wärme spüren. Da gibt's nicht viel, um die Wärme spüren, aber ich nehme, was ich kann. Okay. Es macht nicht viel, um die Wärme spüren, aber ich nehme, was ich kann. Muss ich hier vielleicht das Ding an, die... Brenn wird's alles gar aufwärmen. Kaum wärmer jetzt. Oh, okay. Ah, warte mal. Kann das sein? Nee. Aufwärmen. Ach, Karte. Es ist kaum wärmer jetzt. Es ist kaum wärmer jetzt. Salzig? Salzig? Ah, das verändert sich. Das verändert sich mit den ganzen Feuern und Wärmen. Alles klar. Feuern und Wärmen. Feuern und Wärmen. Also muss ich jetzt alle Feuern und Wärmen an... an... ergraben hier. Wo ist die Olle hin? Ach, die ist nach oben. Ah, und die ist weg. Sehr gut, jetzt kann ich das hier nehmen. Stehlen. Ja. Ich brauche nicht mein Inventor mit einem anderen Item. Ah, scheiße. Es ist weg. Ich brauche nicht mein Inventor mit einem anderen Item. An der Suppe riechen. An der Suppe riechen. Es ist wie ein College-Dormatoren. Es ist kaum wärmer jetzt. Es ist kaum wärmer jetzt. Kaum wärmer. Kaum wärmer. Kaum wärmer. Das morgige Abendessen. Kann ich das hier mit irgendwo benutzen? Nee. Kann ich jetzt irgendwas nehmen hier? Nudeln? Ehh. Nimm keine Nudeln. Es sind keine Nudeln. Ich kriege den Serien. Es sind keine Nudeln. Es sind keine Nudeln. Ich kriege den Serien. Hehehe. An den Zutaten riechen. Das ist gut. Einfach verschwind. Die Hitze spüren. Hier, die Hitze spüren. Ah, hier. Kaum wärmer jetzt. Die Hitze spüren. Ach so. Leicht wie Seeschaum. Hmm. Hier ist ja nix, ne? Ja, das könnte interessant werden. Der ist korrekt. Ja, das hat er. Den hab ich schon mal gehört. Dismissed! Genau so wird's gemacht. Glühend. Warte mal. Spieße das brennende Alaska. Jaaaa! Da-da-da-da-da-da-da-da-daaa! Warum? Warum? Hier. Aufschließen. Brennende Alaska. Bl steamed as Seaphon. Schade, kann ich das da reinpacken? Nein. Spieße das Ding noch und praktisch zum Mitnehmen. Brauche ich einen Stopp, oder? Spitze abschneiden! Immer noch glühe Eis! Ja, sehr gut. So, jetzt. Oh Mann, sind das vielleicht Rätsel. Leck mich an die Tasche. Wuchs, was hast du mir da aufgebrummt? So, jetzt kriegt er das. Sehr gut. Ich, ähm... ...wenn... Much Respekt, Swabby. Ich bin in deinem Tod. Ich liebe dich, in deinem Tod zu sein. So... Let's just say, I'll vote you away. Next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. You're not reading this. Can I borrow it? Sure. I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Hehehehe. Weiter geht's. Sehr gut. Ah, Spitze abschneiden mit einem Messer, ne? Also... Ich sag mal... So ein Messer ist immer gut. Der, äh... Wenn ich unterwegs bin, draußen, auf dem Hafen, dann hab ich immer ein Messer dabei. Immer. Immer. So. Hier. Hey, Bob. I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure. No problem. So, what kann ich jetzt mit dir... So, what kann ich jetzt mit dir... ...rose überreden? I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. I better leave it on while I'm on the ship. Ich hab keine Ahnung. It's torn and ugly, but strangely compelling. Kann ich mit dem Messer dieses Ding zerschneiden? Kann ich mit dem Messer... Nein. Ein Messer ist hervorragend geeignet für Dinge. Ich hab deine Absage. Ich hab eine Ahnung. Es hat doch sehr gut in mir. Ah, ja. Ich hab ihn zusammengefangen, knack. Ah, ja. Ah, sehr gut. All right, er wird ein, was ich äh, mit mir zu essen. Threaten bodily harm So unswerving So unapologetically reckless Apologetisch This really takes me back Me too Back to earlier today in my case LeChuck is really an amazing leader You can hang on to that if you like Nah thanks, I'm good Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere Even when I think he's doing something stupid Just so we're clear That means you're going to vote to go to Monkey Island now? Yes Even though I know you want me to Works for me I think I've got everyone's support now Time to call for another vote Can we vote on going to Monkey Island again? You want another vote? Powering the bell yourself Yes, weiter geht's Na guck ma Das war ja, das war ja einfach One bell, voting hour Ah, isi-pisi The meeting is called to order Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island On which I vote aye 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 Six in favor, none opposed I hope you're happy, Grandma Everybody, get ready We'll follow the other ship as soon as she gets underway Yes So then you went to Monkey Island Almost It was time to send Murray back to Madison Somehow So, da hab ich doch schon ne Idee, ne? Okay, Murray I just need one more thing from you I hope you're not allergic to gunpowder Of course I'm not Hey, what are you doing? These things are so dangerous Can I see you Can I see you Can I see you all finishive A Ein flacher Schädel. Jetzt müssten die aber eigentlich ohnmächtig werden, hat der Gux gesagt. Außer im ersten Teil schon so. Auf nach Monkey Island. Extra-drug rations for everyone. Yay! Great. Great! Yeah! Uh-oh. Reward! Oops. I did not see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Du bewegst dich wie ein Verwundeter. Beleidigungsduell. Ich werde dich aufspießen wie ein Schwein am Spieß. Du bist rostig wie das Buttermäster. Hast du Schwertnis. Beeil mir uns. Ich habe einen Termin mit einem Geheimnis. Ah, das ist schön. Du bewegst dich. Du bewegst dich wie ein Verwundeter. Du bist weg. Du bewegst dich wie ein Verwundeter. Du bewegst wie ein Verwundeter. Du bewegst wie ein Verwundeter. Du bewegst wie ein Verwundeter. Oh. Okay. Dixon, komm zurück. Why don't you try again. Was wird aus Fäbel noch Säbel. You're all buttress and no cutlass. You're all mattress and a blast. Hey. Hey. Cheating. I won that round. Also I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. Du wirst nicht wissen, wie ein Sorg benutzt. Ich kann nicht entscheiden, ob du das wie ein Featherduster wästst, oder wie ein Mop. Hey, ich weiß das! Oh, ich habe es praktisch gemacht, hm? Welche Comeback würdest du benutzen, wäst du es wie ein Featherduster oder wie ein Mop? So oder so, werde ich mit dir wohl machen. Das habe ich mir auch gedacht. Jetzt kommt's. Too late, dass du jetzt deinen Job machst, Swabby! Hey, du legst ein Comeback auf meinen Comeback? Das muss auf die Regeln sein. Du solltest wirklich auf den letzten Trenden behalten. Goodbye, Threepwood! Jetzt bin ich genau vor dem Text gelesen. Doof. Naja. Damit der Gux dann sicherlich irgendwie schmeckt. Teil 3. Rückkehr nach Monkey Island. Ehhh... 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 Einerseits, ich hörte, dass du zwölf sagst. Welcher ist es? Na, meine Prime. Ich könnte zehn Minuten. Kein Problem. Sind Sie und Ihre Prime in dieser Geschichte? Echt Minuten? Einerseits, lass mich zurückkommen, bevor die acht Minuten ausführen. Einerseits, bevor die acht Minuten ausführen. Einerseits, ist aber flott unterwegs. Einerseits, ist aber flott unterwegs. Ooooooh! Vier Minuten. Sechs Minuten. Einerseits! 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 Wann ist deine Mama? Geibrash, did you miss me? Your secret will be mine. Ten minutes, tops. I just need to take a look at the map I stole from Lechuk. Machen wir sofort. Aw, it's a heart with L&E, someone romantically carved into the tree. Elaine und? L&E, I wonder who that is. They must be so in love. L&E, wait a minute. Ah, it stands for Lechuk and Elaine. Ah, ich bin so clever. Der Gux wird so stolz sein. So, dann gucken wir doch mal auf die Karte. Äh, zum Geheimnis an. Beginne deine Suche am roten Bärenstrauch. Folge an das Stein an den Affen und bleib auf dem Weg mit dem Holzshund. Weißt du, bleib auf dem Weg mit dem Holzshund. Schleich dich an den Bienen vorbei, beachte das Schild. Roter Bärenstrauch. So, dann. Roter Bärenstrauch. Roter Bärenstrauch. Roter Bärenstrauch. Oh, erst mal in den Dschungel, hm? Oh, guck mal. Ist sich erschrocken. Murray? Murray? Ist das du? Sorry about the cannon. Oh, das ist nur ein schreckliches Schild. Ich halte das für meine Shakespeare-Summerstock. Das ist gut. Schädel ist immer gut. Man sollte immer einen Schädel dabei haben. Das habe ich, als ich klein war, auch immer. So, dann ist das erstmal eine kurze Folge. Es geht aber gleich. Also, ich soll dann hier drauf drücken, hat der Ruf gesagt. So, das war, ich bin Peter. Das war es von mir. Ich hoffe, er hat Spaß. Ich mache noch einen Rucksack gesetzt. Ich soll so mal um wie weit ich kommen. Abo und Daumen nicht vergessen. So, das war Monkey Island Folge 10. Jetzt ist Schluss. .